Ja, wir sind mal wieder in Elite Dangerous und ich muss mal wieder was nachvertonen, weil ich nicht aufgepasst habe am Anfang der Aufnahme, deswegen kommen jetzt 8 Minuten Audio-Kommentar dazu. Und ich weiß gar nicht, ob man das Spiel überhaupt hören können wird. Ich hab hier gerade noch nichts auf den Ohren, aber vielleicht hört man das auch einfach während der Nachvertonung nicht. Ähm, ja, beim letzten Mal haben wir uns ein bisschen in die Gamma gewagt, aber noch nicht sehr viel. Und jetzt versuchen wir mal ein bisschen mehr mit dem Geld anzufangen, beziehungsweise überhaupt welches zu kriegen, zumindest, ja, war das eines der Ziele dieser Aufnahme. Und deshalb, also gerade eben, da schaue ich mir jetzt gerade mal ein bisschen auf der Karte um, um nochmal unsere Chancen in Richtung Sonnensystem zu überprüfen, aber wegen der Geschichte mit dem Wipe bin ich am überlegen, wie sehr ich jetzt überhaupt in Richtung ernsthaftem Spiel schon gehen soll, denn wenn das am Ende alles weg ist, dann macht das ja gar keinen Sinn mehr, das alles da zu haben, wenn man sowieso keine Verwendung mehr dafür hat. Also von daher weiß ich nicht, wie das so laufen wird. Und es lässt sich auch im Forum dazu nichts rausfinden. Und ich bin jetzt gerade einfach mal hier dann ein bisschen auf der Suche gewesen nach, ja, ich weiß gar nicht mehr so genau, warum ich da jetzt hinfliege, aber man hört scheinbar entweder wirklich nicht den Ton des Spiels oder es liegt dann doch nur an der Kommentarspur hier. Jedenfalls, naja, wir fliegen jetzt einfach mal ins Nachbarsystem und gucken, was da so los ist. Sehr viel mehr gibt es ja da nicht zu tun. Im Moment. Wir müssen allerdings schauen, also ich weiß ja mittlerweile schon, was ich im Rest der Aufnahme mache, aber das will ich ja jetzt nicht vorwegnehmen. Deshalb versuche ich einfach mal bei dem zu bleiben, was man sieht. Also, naja, fliegen wir ins Nachbarsystem eben. Ich glaube, ich wollte ein bisschen noch unerkannte Systeme scannen, weil das hat sich ja scheinbar relativ gelohnt finanziell. Und, ähm, das wäre eine ganz coole Sache eigentlich, wenn das jetzt mehr Geld bringen würde, dann könnte man nämlich tatsächlich auch ernsthaft Explorer werden. Und da das ja relativ gefahrlos ist, könnte man einfach am Anfang der Vollversion dann ganz viele unbekannte Systeme scannen, das Nachhause tragen, dann ist man Millionär. Ich glaube, so fangen wir tatsächlich an. Denn mein erstes Ziel wäre, glaube ich, einfach mal... Ja, wo könnte man denn mal hinfliegen? In irgendeinen von diesen Nebeln. Der nächste Nebel, der bei uns ist, wäre zum Beispiel eine coole Sache. Und da ein bisschen die Systeme zu scannen. Und das dann zu verkaufen. Ach, und ich muss noch was im Forum nachfragen. Das weiß ich auch noch, dass ich das gesagt habe. Aber was war das nochmal? War das... Ich glaube, das bezog es tatsächlich auf die Scandaten. Ja, nachdem wir ein bisschen, was wir hier zumindest schon mal gescannt haben, suchen wir mal wieder ein bisschen schnell Cash. Deswegen fliegen wir aber zur NAV-Beaten. Und holen uns da mal ein oder zwei Abschüsse. Boah, Nachfahrtunen ist immer echt ärgerlich, muss ich sagen. Das distanziert einen auch selber so vom Spiel, ne? Ja, aber... Na, bleibt ja nicht viel anderes übrig jetzt. Ich hoffe, man hört nachher den Spielzaun, sonst ist das ja echt trocken. Aber ich meine, das war beim letzten Mal, bei dem einzigen anderen Mal, wo ich bisher nachvertonen musste, auch so. Deshalb bin ich da optimistisch. Aber hier fliegt auch gerade nichts rum. Das Einzige, was hier sich mal wieder lohnt, sind ein paar Hauler. Die gesucht sind, aber die haben halt auch mit Glück so knapp 1000 Kopfgeld. Das ist doch nichts. Dafür sind die Abschüsse von Hauler natürlich auch immer relativ leicht. Aber ich finde es schön, dass es eine gute Beobachtung hier, man sieht es gerade. Er hat jetzt seine Fracht abgeworfen. Vielleicht haben wir auch zufällig seinen Cargo, also seine Frachtrampe getroffen. Das kann natürlich auch sein. Aber ich glaube fast, wir haben ihn dazu gezwungen, weil das... Also es wäre schon cool, wenn die Frachter jetzt ihre Fracht einfach abschmeißen, wenn sie in die Beredulie geraten. Aber der hat leider nichts Sinnvolles abgeworfen. Ein bisschen Lithium. Und wir haben nur ein Zweier Cargo Rack. Das würde also nichts bringen. Das ist auch geil mit den schwarzen Punkten, die da vor der Sonne langfliegen. Dass die noch so gut zu sehen sind. Aber leider auch nichts Gesuchtes dabei. Ich hätte gerne mal wieder so einen dicken Abschuss. So eine Cobra oder eine Viper oder auch so ein Typ. Typ 6 bringt ja durchaus mal ganz viel. Eine Asp wäre auch cool. Wobei die ja auch schwanken im Kopfgeldwert. Also hier fliegt glaube ich gleich noch irgendwo eine rum. Vielleicht ist das aber auch schon wieder im vertonten Teil. Also wenn die hier noch auftaucht, die brachte irgendwie 6000. Also das würde sich gar nicht lohnen, dann sich mit dem Ding anzulegen. Aber ich bin mir ganz sicher, dass das noch im vertonten Teil ist, weil... Naja, der fängt in über einer Minute knapp an. Deshalb, ähm... Ja... Knarzt. Das musste natürlich nochmal mit in die Aufnahme, ne? Deshalb... Ja... Da ist die Asp, von der ich gesprochen habe. Ja, die bringt nämlich... Ganze 6675. Und bei dem, was der an Waffen dabei hat, lohnt sich das nicht, dieses Risiko einzugehen. Man wird es jetzt gleich sehen. Wenn ich nochmal einen Blick nach... Zur Seite werfe. Genau. Ne, nicht. Wo ist es denn? Jetzt zeig mir doch mal die Waffen. Da war ich noch am hin und her überlegen. Greif ich den jetzt an oder nicht? Ich habe auch kurz überlegt, ob ich diesen Teil hier einfach im Zeitraffer zeige, weil das mal bestimmt witzig wäre. Aber ja, da sieht man es jetzt. Multicannons und Raketenwerfer hat ja alles dabei. Das wäre zu riskant gewesen. Aber naja, hier geht es jetzt gleich weiter mit der Live-Vertonung. Äh... Deshalb wünsche ich euch dann viel Spaß damit. Wenn ich jetzt sage, tschüss, dann wirkt das so nach Verabschiedung. Deshalb gebe ich jetzt einfach nahtlos an mich weiter. Hoffe ich. Und ähm... Sehe mir selbst auch nochmal diesen epischen Kampf mit dem nächsten Hauler an, der wieder so viel Geld einbringen wird. Wuhu. Aber hey, besser als nichts. Irgendwie müssen wir uns ja hocharbeiten. Und ein bisschen geruchelt hat es auch schon wieder. Naja, nun denn. Habe ich jetzt die ganze Zeit gesprochen und war auf Mute. Ja, kacke, dann muss ich ab hier schneiden. Ähm, ja. Dann packe ich das davor im Zeitraffer, glaube ich, mal rein. Damit man wenigstens sieht, was ich gemacht habe. So viel Spannendes war es jetzt nicht. Boah. Das ist ja jetzt mal richtig ätzend. Schön, dass die KI mittlerweile ihre Fracht fallen lässt. In solchen Situationen. Ach, ich glaube, ich synchronisiere das dann einfach nach. Das soll wohl drin sein. Boah, das ärgert mich ja gerade. Da muss ich gucken, wo ich, wo ich überall noch zu hören war und wo nicht. Ja. Ähm. Ansonsten versuche ich es einfach mal mit dem Zusammenfassen von dem, was ich erzählt habe. Also, ob es einen Vibe gibt oder nicht, weiß ja keiner so richtig. Deshalb. Deshalb einfach mal, muss ich einfach mal schauen, ob es lohnenswert ist, da viel zu spielen. Wenn es einen vollständigen Vibe gibt, dann ist das ja alles für die Katz. Und das fände ich doch eher ärgerlich. Ach, das war zu schnell. Ach, das wird mir so schon wieder zu blöd jetzt. Ich muss irgendwie... Ich will hier weg. Mal gucken, wer uns da... ...abfängt. Ein Pirat. Aber was für ein Pirat. Ist es überhaupt einer? ...wantet und zwar für... Na, 1200. Das können wir doch nochmal erhöhen, wenn wir ihn erstmal auf uns schießen lassen. Ich bin irgendwie nicht beeindruckt von seinen Shotguns da. Ja, komm schon. Den... Also, so langsam bin ich auch wieder im Manövrieren für Kämpfe drin. Wo ich das ja jetzt längere Zeit nicht mehr so richtig gemacht habe. Und die Cobra sich da ja auch ganz anders verhält. Aber irgendwie bin ich heute Morgen ein bisschen Frosch im Hals. Na, komm. Was ist denn das überhaupt für ein Name? Ich finde, man sollte außen auf die Schiffe noch eine Fläche anbringen, auf die man zielen kann. Wenn man die perfekt trifft, ganz kleine Fläche, dann initiiert das die Selbstzerstörung. Das wäre witzig. Das würde zwar nicht dem Geist des Spiels entsprechen, aber es wäre witzig. Und gute Nacht. So, dann haben wir nochmal seinen Kopfgeld ein bisschen erhöht, als wir ihn zuerst auf uns schießen haben lassen. So, dann holen wir uns erst noch die Kohle ab, bevor ich das wieder vergesse. Dann können wir auch noch den Planeten scannen bei der Gelegenheit. Ich bin ja übrigens sehr begeistert. Noch etwas, ich glaube 51 Leute müssten es sein. 51 Abonnenten. Dann wird es Zeit für mich, mein Versprechen einzulösen und mir den Joystick zuzulegen. Da bin ich ja mal gespannt, wie lange das dauert. Ah, mittlerweile sieht das auch einigermaßen brauchbar aus. Ach ja, genau, man sieht es vielleicht und dadurch, dass ich am Anfang, ja, mich, dass man, dass ich eventuell am Anfang gemutet war, ich habe wieder auf Englisch umgestellt, wie, ja, bestimmt kaum auffällt. Denn, naja, ich wollte einfach mal gucken, wie die deutsche Übersetzung, wie weit die mittlerweile ist. Und es hat direkt jemand kommentiert, ich soll doch bitte wieder auf die deutsche, auf die englische Fassung umstellen. Ich muss auch zustimmen. Die ist einfach besser. Und jetzt habe ich neulich wieder einen Forenpost gelesen. Vorgestern oder gestern. Da war ich mal wieder einerseits begeistert und andererseits fasziniert, was die Leute so alles mitkriegen. Das muss ich gleich mal demonstrieren, wenn wir gelandet sind. Da habe ich schon länger nicht mehr hingeguckt. Und zwar wurde die Karte quasi, also die Weltraumkarte, wurde hässlicher gemacht. Huch. Boah, dieses Schiff ist manchmal, also irgendwie sind die Raumschiffe hier manchmal doch recht träge, trotz Flugassistent. Ach, diese Computerstimme hat so einen herrlich britischen Akzent. Und der Typ aus der Premium Beta, der sich beschwert hat, dass es nur ne weibliche Computerstimme gibt, wurde immer noch nicht bedient. So, Kontakte erstmal. Hä, sind wir nicht in Federation Föderationsgebiet hier? Steht doch da Federation. Warum kann ich dann meinen Bounty hier nicht einlösen? Wir haben die doch im Federation, oder? Ja, warum kann ich die hier nicht einlösen? Das ist ja jetzt eher kacke. Aber naja, was ich zeigen wollte. Ich glaube, ganz am Anfang, irgendwann in der Premium Beta, habe ich es schon mal gezeigt. Also die Sternkarte an sich sieht ja immer noch so aus, wie immer. Mit ein paar mehr Tweaks, weil man jetzt, also ich habe es in der ersten Aufnahme schon gezeigt, normale Sterne sehen halt so aus, und dann gibt es noch, ich suche noch mal kurz danach, das müsste der sein, oder Vy, Vy, ne? Genau, also diese Supersterne, die sehen jetzt, ja, so aus, wie man eindeutig sieht. Und ich wüsste gerne, wo das nächste davon ist, aber das habe ich leider nicht gefunden, deswegen muss ich ein anderes nehmen, und zwar, das zeigt dann auch direkt, was ich meine. Das ist das, also für Leute, die Sagittarius A-Star, wie die offizielle Bezeichnung dieses Systems ist, nicht kennen. Das ist das vermutete, superschwere, schwarze Loch, oder supermassive, schwarze Loch, im galaktischen Kern. Also das wäre quasi das Zentrum der Galaxis. Und da hat sich im Forum tatsächlich jemand bekannt, klagt, dass die, dass das Zentrum der Galaxis jetzt so aussieht. Und vorher sah es halt viel besser aus. Auf jeden Fall haben sie jetzt dieses Icon für schwarze Löcher auch noch drin. Und da würde ich gerne mal hin. Also wenn, wenn klar wäre, dass die, dass die Gamma am Ende gewiped wird, würde ich da einfach hinfliegen, es mal gesehen haben, und dann, damit zufrieden sein. Auch wenn es einen Wipe gibt. Ähm, nur weiß ich leider nicht eben, ob das passiert. So, mal gucken, ob die hier auch wieder so viel für die Kartendaten ihres eigenen Systems bezahlen. Also die sind echt krass erhöht worden, die, die Scan-Belohnungen. vielleicht ist das ja auch Absicht. Also, ganz sicher ist das Absicht. Die Bounties will er uns immer noch nicht geben. Dabei sind wir hier doch in der Federal, ach nee, hier ist, ach so, hier ist Anarchy. Die Station gehört nur zur Föderation, oder wie? Na gut. Ach so, nach Missionen wollte ich hier noch schauen. Hunters wanted. Black Crow. Hm. Problem ist nur, was ist das für ein Typ? Das kann alles mögliche sein. Black Crow. 22 Stunden. Hm. Und in dem System LTT irgendwas. Das wäre das Nachbarsystem. Wir probieren das einfach mal. Ja, wunderbar. Blöd ist natürlich, dass wir nur zwei Laser auf einmal aktivieren können. Aber im Zweifelsfall, ich gucke mal gerade, wenn ich den, ich den Discovery Scanner abschalte, kann ich den dann, verbrauchen wir immer noch ein bisschen zu viel. Hier sonst noch irgendwas abschalten. Das verbraucht keine Energie. Das Ding verbraucht auch keine Energie. Es müssten also die Sensoren sein. Nee, das ist natürlich Quatsch. Ja, hm. Blöde Sache. Dass die Sachen alle nichts verbrauchen. Naja, ich bin am überlegen, ob ich den Frameshift Charge, äh, Frameshift Drive abschalten soll, falls wir den Typen aufspüren sollten. Aber, dann können wir ja nicht abhauen, wenn's brenzlig wird. Da wär jetzt wieder Voice Attack praktisch. Vielleicht hol ich mir das auch noch irgendwann. Vielleicht hilft das ja dann auch bei Star Citizen. Das ist was zu fassen, wirover herausfinden, Ich bin auf handlebar. Ich kann zu fuhren, ich weiß, und ichำ treffend, das ist blitzig, was du sie isch. Jagdrufe, dass dieser Bunch, das Issue ist, was du sie es folgt, in euch noch zu spassern. Und am Welt finden, ist. Aber anem home, Vielen Dank.